Das war ja eine gute Tour, wie er gesagt. Jetzt haben wir die Mittler. Das wird mir ja gesagt, wenn wir im Auto sind. Guckt ihn euch an, wie er am Meckern ist. Der ist schon gleich. Weil ich getrunken werde. Wir sind nicht mal gestartet, wir haben nicht mal die Eröffnung und er ist gleich am Meckern. Alter. Freunde, also. Wir sind in Tschechien angekommen, wir sind schon ein paar Tage hier. Heute ist unsere erste Wanderung. Die Ortschaft ist ein Problem. Ach, wie heißt der scheiß Ort? Heinitsche. Heinitsche, genau. Wir sind hier an unserem ersten Highlight. Die Wandlung ist jetzt quasi auch hier förmlich gestartet. Hier, da vorne, da. Da vorne. Startet die. Wir haben heute noch einen Little Crazy One was dabei. Hallo. Wir sind jetzt hier, wie gesagt, beim ersten Highlight. Ist eine Kirche, Franziskanerkirche. Franziskanerkloster. Oder Kloster. Ja, und dann, ja. Heine Kirche, ne? Ich muss noch mal etwas dazu sagen. Ah, die brauchen wir hier auch. Mit 2.000, 3.000 Einwohner. Na gut. Was hast du? Was ist hier? Die deutsche was? Siehst du. Aus dem ersten Weltkrieg. Aus dem ersten Weltkrieg. Guck mal. Okay. Hier sind alle deutschen Namen. Scholz, Franz Josef. Das könnt ihr lesen. Passi Kudolf. Heller Alfred. Russland, Serbien. Die kam ja schon. Das ist ein Dorf hier, oder? Zu guter Decken. Hier steht ja aus Heindorf. Und wenn wir müssen, wir müssen auch aus Heindorf. Ja, jetzt wissen wir auch, was Heinische heißt. Heindorf. Wir starten dann quasi jetzt unsere Tour. Es geht ganz hoch. Auf 620 Meter, was hast du gesagt? Na, Höhe noch. Plus 620. Plus 620 Meter. Also es wird eine anstrengende Wanderung werden. Alles klar. Okay. Also wie gesagt, wir haben uns dann später werden. Bis dann. Das Kloster. Und da oben. Da wollen wir hin. Das ist das nächste Highlight, oder? Ja, genau. Guckt euch die Gegend an. Schon nicht schlecht hier. Nachdem. Ein Stein. Mitten auf dem Hügel. Der markiert bestimmt. Den drehe ich nicht um. Der ist jetzt groß. Der markiert bestimmt. Dein Schatz. Der ist jetzt ganz zusammengelernt. Der vielleicht. Na komm, Tristan. Zeig, was du kannst. Ja, richtig. Wir sind mitten dabei. Wir sind mitten dabei. Guckt euch das an. Was Atem wieder für einen tollen Weg gefunden hat. Echt. Leicht anstrengend, würde ich sagen. Nach den ganzen Faulenzertagen. Können wir uns endlich mal wieder ein bisschen wandern. Da bleibt einem sogar die Puste weg vom Reben. Vorsicht, war nicht hin. Ich bin der Herrscher der Welt. Gucken. Ich stehe in dieser Kuhle. Scheibe, ich habe meine Hand. Kacke, das ist kacke. Ich bin ja so im Schwitzen, wie ein Iltis. Ich bin auch ein Schnellschwitzer. Ich schwitze auch sofort. Ich hasse das, wenn du dann die ganze Suppe runterlässt und das nicht wegwischen kannst. Muss ich mal daran denken. Ich hatte extra so ein ultra leichtes Tuch schon in der Hand gehabt. Ist das ein Highlight hier schon? Ne, ist kein Highlight. Aber ist das schon eine schöne Stelle. Nur von eurer Planung her, von der Tour, was das Highlight gilt oder was nicht. Weil das ist ja schon... Ne, ne, ne. Wir haben ja irgendwie eine besondere Stelle, wo wir buddeln müssen. Haben wir für Tristan keine Spitzhacke und Sparken. Ich habe die Schiffkarte, habe ich unten vergessen. Ach, die Schiffkarte. Ja, du kannst dann ja mal schnell runterrennen und die holen. Kein Highlight, aber ein paar schöne Steine hier. Ja, sieht schon ganz cool aus hier. Ganz oben wieder was hier ist. Dann muss man da... Das ist ja ganz oben. Wie bist du da denn hochgekommen? Ja, ich bin hochgekommen. Soll ich dir nicht die Haxen da oben? Ist der über den Baum da geklettert oder was? Oder guckt man da? Ne, der muss ja von hinten hier. Der muss ja hier irgendwo hochgekommen. Also. Ist einfach hier. Ich werde da hier hoch, also ein Scheiß. Da merkt man, dass die Menschen Verwandtschaft in den Appen haben. Das ist Appenverhalten gerade hier. Ein bisschen auf dem Stein rumkraxeln. Ja, wahrscheinlich nicht. Das kommt raus. Ja. Das kommt raus. Ja, hier haben wir Aussichtskinder. 600 von 14 Metern. 600 von 14 Metern. 600 von 14 Metern. 600 von 14 Metern. Ja. Ja. Der Anschieb bisher war schon sehr anstrengend, muss ich sagen. Ja. Das wird's nicht gesehen. Unser Sportler schwitzt nicht mehr, der schwitzt nicht mehr. Ich schwitze, oder? Nein. Nein. Alter. Hallo. Hat der das ganze Jahr geübt, der Arsch? Hat der das ganze Jahr geübt? Und wie wird's jetzt hier? Ich hab gestern auch nichts getrunken, Leute. Bleib ruhig. Ach so. Du schwitzt ihn nur auf dem Rücken, Alter. Lass den in den Sack hier schleppen. Ey, hab ich ja eben schon gesagt. Ach, okay, dann. Aber jetzt geht's hier wieder hoch. Guck mal. Ja. Ja, komm. So. Was ist denn da reingeschlagen? Sehr gut. Na, leider hoch. Wir sind fast, fast oben. 800 Meter noch. 800 Meter noch, ne? Ja, 800 Meter haben wir noch. Wir sind auf 800 Meter Höhe. Ach, das ist 800 Meter Höhe. Okay. Ach so, wir sind auf 800, okay. Nehm ich mal, ich guck. Ach, schön. Das wäre ein Freund. Ja. Kein Name nicht. Kein Name nicht. Das ist ein anderer Pfad. Ja. Cool. Kein Obdach hast, wo sie hier hinkommen. Kannst du zumindest unsere Steine stellen. Ja, ob das so schön ist, weiß ich auch nicht. Ist das die Geier wieder, Achim? Deine Freunde? Ich guck sie gar nicht schon. Ich kann wieder abfahren. Du kannst sie hier hinlegen. Dann können sie das schön, wie auf so einem Tisch, können sie dich dann weg schnabulieren. Boah. Ich glaub, der Ose geht so auch nicht hin. Ja. Wo ist sie jetzt? Ist das hier das? Ja, ich guck, wobei er mal sieht. Das ist aber schwer. Alter, hier sind so viele Steine. Was soll der Nussstein sein? Nein, nein, nein. Das ist nicht. Ja. Siehste? Da oben, der sieht auch aus wie eine Nuss. Ist die Frage, was für eine Nuss, ne? Haselnuss? Paranuss? Weilnuss? Achim fühlt sich nicht so gut. Nein, der hat Alkohol getrunken. Der hat gestern zu viel Alkohol getrunken. Die Alkohols. Achim, wir hätten eben zur Tanke müssen. Da hätten wir noch eine Suppe für dich gekauft. Hier sind überall schöne Bänke. Da kannst du überall ausruhen. Auf jeder Bank. Dann geh ich den inoffiziellen. Video. Was Video? Ich hab Video an. In erhöhter Schwierigkeitsgrad. Ich mit Kamera. Aber hier kannst du dich ja überall festhalten. Achim, warte auf uns. Wenn du abstürzt, will ich das auf Video haben. Ist ja easy. Wie, dir schwindelig? Ja. Dann lass die Jungen vor. Mich. Alter, guckt euch das an hier. Wenn ich gleich abstürze, die Kamera hält den Sturz aus. Wir werden auf jeden Fall das Videomaterial haben. Wollen wir trennen? Das ist anders hier. Das können wir dann auch nicht haben. Wie? Geil. Alter, schreib mich nicht an. Ich hasse sowas. Ja, guck dich das an. Was hast du? Ich habe eigentlich Höhenangst. Aber wir sind oben. Was machst du hier? Handy in eine große Tasse? Oben reinfallen lassen, ja. Super, wa? Alter, was sind das für Schiffer hier? Alter, ist das geil hier. Das sieht doch gut aus. Ahhhh. Hammer. Jetzt guckt euch die beiden Mädchen an da. Die da sitzen, die trauen sich nicht. Die kann man da gar nicht so einschalten. Das geht schon echt weit runter. Guckt euch das Vieh an hier. Welches? 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 Oh, oh, oh. Mensch, jetzt kann ich ihn nicht mehr aufnehmen. Jetzt ist er weg. Ja, jetzt machen wir zwei, drei Fotos. Von unten. Es gibt viele Kreuze, oder von da. Von unten und oben. Mach mal. Ja. So, dass das ganze Kreuz drauf ist. Guck das euch noch mal an. Das möchte ich aber den Grunderfall. Das möchte ich natürlich nicht. Kommt du weit. Was denn? Ach so, ja. Überhaupt nicht. Warte. Und weiter geht's. Warte hier. Komm. Lauf vor. Ein Highlight nacheinander. Ein Highlight nacheinander. Wir sind jetzt in der Nähe von einem Wasserfahrt. Da geht's jetzt hin. Kein Kleinen. Oh, ist schon ganz schön. drumlaufen kann, ey. Sieht ihr was? Ja, wie du drumlaufen kann. Gut. Ich muss schon sagen, das ist heute eine sehr anspruchsvolle Strecke hier. Ja, und was da du hast. Ja, dann trink hier. Oh, hier ist ja richtig was los. Tja, kann ich auch nicht lesen. Guck dir an. Ja. Ja. Probier mal. Schmeck mal ab. Ja. 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 Unser Klettermakt. Ja. Ja. Du bist doch schon. Du bist auch nur hier. Er hat sich gerade beschwert, dass er, dass wir ihn angelogen hätten. Ja, das ist doch schon. Sag doch mal, was haben wir gesagt? Jetzt kannst du's nochmal wiederholen. Äh, jetzt zehn Kilometer habt ihr gesagt. Ja. Külle Stur habt ihr gesagt. Ja. Sparsig. Sparsig. Und dann hab ich gesagt, wir sollen ja auch nicht mit Badelatschen hier, mit Flipflops wandern gehen. Die haben doch Spaß, ich weiß nicht, was du willst. Du hättest doch schon schwinden gehen können. Alles haben wir für dich vorbereitet. Genau, ein super Wasserfall. Das volle Programm bieten wir dir und er ist am Meckern. Das gibt's doch wohl nicht. Ja, meckeres Quellwasser. Ist aber echt sauber. Da kochen wir nachher Kaffee raus, würde ich sagen, aus dem Wasser. Das schmeckt besonders. Wir sind zweieinhalb Stunden unterwegs und haben gerade sieben Kilometer geschafft. Sehr anstrengend heute. Sehr anstrengend. Schwere Tour, ja. Und da wir die noch verlängert haben, die Grundvoraussetzungen eigentlich scheiße waren heute morgens. Jetzt geht's ja schon besser. Sie ist doch. Die Alkohol ist schon raus aus dem Körper. Ja, das meiste ist weg. Jetzt kommen die Kopfschmerzen. Und weiter geht's. Hier ist eine Bullenhitte. Wir schwitzen wie die Iltis. Ja. Und hier auf der Erde gibt's noch Schnee. Tja. Tristan. Mach'n Schneeball, komm. Und jetzt BWF Achim. Und jetzt BWF Achim. Das ist kein Fake. Tja. Gut, komm. Kühl deine Hände ab. Das ist voll die Heidewanderung hier. Wir sind schon jetzt, ich weiß nicht wie viele Kilometer hier. Zwei, anderthalb Kilometer. Nur diesen Weg hier. Jetzt geht's los. Nicht sehr schön fand ich. Das ist voll und fest. Wir müssen, wir müssen den Bach überqueren. Den wunderschönen Bach. Wir können unsere Wasserflaschen auffüllen hier. Ja. Mit kaltem Quellwasser. Als erstes. Tristan mit seinen Flipflops riskiert es als erstes. Super. Bravo. Natürlich. Hallo, du wolltest doch Spaß haben. Hast du, hast du gesagt, du willst Spaß haben? Ja, aber... Nein, hab ich nicht gesagt. Nein, nein, dann müssen wir... Ach ne, wir hatten ja dem versprochen den Spaß. Oh, wir haben Glück gehabt. Wir haben Glück gehabt. Okay. Wir müssen den Bach entlang. Also doch wieder rüber. Zurück. Nein, danke. Ja. Gut. Jetzt geht's. Das weiß ich doch nicht, weil... Hallo, er ist doch der Navigator. Und neuerdings auch Wetterfrosch. Das ist ja ein toller Wanderweg. Das weiß ich nicht. Anspruchsvoll. Anspruchsvoll. Herausfordernd. Das weiß ich nicht. Aber das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber das ist echt toll, ne? Ja, aber so ist der Weg. So ist der Weg. Ja. 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 Dann muss vor. Ah, geiler. Aber es wird natürlich... echt spaßig hier. Passt ja. Ja. Ich muss gleich das Monster weglassen. Welches Monster? Welches Monster? Was für Monster? So. Wir sind aber auch hier weg. Keiner. 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 Na, na gut. vieber Infobox. Alter, holy... Wie lange, äh, wie... Gute Frage. Es dauert noch Ewigkeiten in dem Tempel. Ja, so ist der Weg. So ist der Weg. Freunde, wir hatten das Lied von den Faria Naidoo hier. Vom Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Ach Gottchen, das ist ja schon eine anstrengende Passage hier. Und der Kameramann immer mit vorne dabei. Du bist ein würdiger Nachfolger. Wenn wir dann mal nicht mehr leben, kannst du die Seite weiterführen. Mit deinen Kindern. Der soll die 50 Terabyte löschen. Wir sind schon zu weit hier außerhalb der Zivilisation. Hier gibt es nicht mehr Funkempfang für unsere Handys. Kein Telefon, kein Internet. Wir sind quasi abgeschnitten von der Zivilisation. So weit man das hier in Tschechien Zivilisation nennen kann. So, gut, das war's. Der Part, oder... Guck mal. Alter, ich guck mal hier, ja. Mit einem Posting gemacht vor wenigen Tagen. Hier ist wahrscheinlich weggerostet, weil die Luft so, äh, verseucht ist. Nein, Luft ist super hier. Alles toll. Und es geht weiter. Guck mal. Welch betörenden Pfad unser Navigator gefunden hat. Ja, die allerschönste. Herrlich, herrlich. Guckt euch das an. Ach, und du weißt, dass wir keine langen Hosen haben, ne? Ja, nicht nur eure Aufstattung. Ach so. Das stand aber nicht in der Stellenausschreibung. Also manche Leute, wenn die Wandern sagen, meinen die was ganz anderes als das... Was sagt ihr? Da hast du natürlich recht. Da hast du recht. Da hast du natürlich recht. Das stimmt. Bist du sicher, verlinkt nur so recht, sieht hier besser aus. Achim. Müssen wir da überhaupt drüber? Er redet auch nicht mit jedem, ne? Ja. So. Nicht mehr fest. So, liebe Fans. Der kleine Abstieg, ja. War wirklich. Jetzt haben wir eine schwierigere Strecke vor uns und da muss ich die Kamera wegpacken. Wir sehen uns später. So. Wir sind kurz vor dem nächsten Highlight. Sind gefühlt eine Million Stufen und Steine hochgekraxelt und runtergekraxelt und hochgekraxelt. Ich schwitze wie Hulle. Jetzt suche mal einen Weg. Hier oben auf dem Gipfel. Kurz vor dem Gipfel sind wir... Nein, du musst mit hoch, Tristan. Kannst du nachkommen? Nein, nein, nein. Ach was? Na ja, komm mit hoch. Über die nächsten Minuten noch oben. Ich will, ich will die Angst in seinen Augen sehen. Ich will nicht filmen. Ich will die Angst in seinen Augen filmen. Hier sehen sie so schön wie da hinten. Ich will sie ja nicht filmen. So. 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 Geht das vorwärtslich? Nein, halt unsere Plakette an. Geht's nicht so schlimm, Sascha? Thomas, ich finde es nicht lustig, du hast mehr Angst. So, kannst du ein Stück beiseite gehen, ich komme hier sonst nicht runter. Entschuldige, aber ich finde das so lustig. Ach guck mal, hier hat er auch seine Plakette reingepackt. Das haben wir aber nicht auf Video aufgenommen. Komm, halt dich fest. Ist das schlimm? Ja, wie ist die Gitter? Ja, super, wie ist die Gitter? Wer ist das denn? Warte mal was. Ja, nach dem Gipfelkreuz sind wir wieder runter gegangen und haben den zweiten Wasserfall erreicht. Achim hat's heute sehr eilig, glaube ich. Ich weiß nicht, was der noch will. Wasser. Wasser, wir haben kein Wasser, uns ist das Wasser ausgegangen. Wir haben nichts mehr zu trinken. Wir sind alle ziemlich durstig. Haben wir ein bisschen unterschätzt. Ja, können wir es lange nicht ändern, müssen wir durch. Wir haben, glaube ich, noch drei oder vier Kilometer vor uns. Und ihr seht, die Strecken sind sehr anspruchsvoll hier. Geht die ganze Zeit nur so hoch und runter. Damit ihr wisst, was auf euch zukommt, wenn ihr die Rute. Am Wasserfall oben angekommen. Machen wir uns den nochmal angucken. Ach, haben wir schon eine Menge Fotos gemacht. Es wird kühl hier, muss ich sagen. Da ist er. Das ist schon kühl hier, ne? Ah, schön kühl hier. Ja. Da muss ich mal eine Fläche. Das können wir mal grad untergehen. Das ist eine zweite Tour mit zwei Gipfeln und zwei Wasserfällen. Sehr schwer und Minimum zwei Liter Wasser notwendig pro Person. Auf alle Fälle. Wasser war wirklich ein großes Problem. Ich hatte nur, ich hatte einen Liter dabei gehabt und nach der Hälfte der Tour war das Wasser aufgebraucht. Obwohl es sparsam war. Obwohl es sparsam war. Ja, obwohl es sparsam war. Also Tour, Super. Sehr anstrengend. Sehr viel zu sehen. Wer gut zu Fuß ist, für die ist die Tour was, ne? Auf alle Fälle. Nicht für Rollstuhlfahrer. Nein, für Rollstuhlfahrer. Wir müssen also wirklich gut im Training sein. Wir haben jetzt, was haben wir? 16 Kilometer haben wir ja. Wir haben knapp 6 Stunden gebraucht. Also das ist schon, das sagt schon was aus, ja. Naja, gut. So. Ich würde sagen, ich weiß gar nicht wann wir die nächste Tour haben. 2-3 Tagen. Morgen ziehen wir hier um ins bessere Hotel. Und auf eigenen Kosten natürlich. Nächsten wird dann die Schneekoppe sein, ne? Genau. Das ist nochmal so ein richtiger Burner. Bier. Hier ist ja der Schieser. Das Bier. Ja. Ich hoffe, das wird genauso interessant und gut wie heute. Ach, wird es wahrscheinlich noch besser sein. Ja. Wir werden es ja sehen. Oder ihr werdet es ja sehen. Ja. Und mich nicht wegtreten, bitte. Ich habe hier einen Spaß, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Die machen sich bald in der Hose. Ja.